Ich darf euch vorstellen, an der Gitarre, Daniel Sun. Dankeschön, sehr nett. Also er wird uns in Zukunft auf der Gitarre begleiten, wenn er fertig ist mit seiner Chance, gibt es sozusagen. Also er wird auf jeden Fall einige Male dabei sein, bis wir wieder ein festes Wasser haben. Ich darf euch vorstellen, an das Schwammi Schwamborn. Danke. Ich darf euch vorstellen, an das Schwammi Schwab. Ich darf euch vorstellen, an das Schwammi Schwab. Ich darf euch vorstellen, an das Schwammi Schwab. Das war's. 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 Das war's.